hallo und willkommen zurück meine lieben strategie spiel und wikinger freunde der entdeckung wienlands wir sind immer noch mitten in der mission ich vergess immer den namen ich kann dem laden mit mir nachgucken die mission hatte ich den komischen namen aber sei es drum ja wir kümmern uns gerade hier um unsere bierbrauerei hier unten klappt alles gut so obsbauer sucht wieder etwas gesellschaft bei goldschmied ja das holzfeld steht schon eine weile leer ja für die bierbrauerei sind auch schon die wikinger unterwegs du gehst nicht da raus ab hier ist die tabu zone weil hier sind schon mayas mit spitzen schwertern und alle anderen gedönse die uns böse auf den sack gehen wollen so habe ich der goldsucher gerade erschreckt also was heißt erschreckt ich hatte gerade schon erst die befürchtet dass das ein soldat ist aber da ist nur der goldsucher mit dem federspuck statt dem schicken mut und ja dem sein arbeitsgebiet sollten wir die richtung verschieben stroller ist hungrig da solltest du was essen gehen du bist erfahren und kannst trainiert werden gut stein und weizen fehlt noch weizen kriegst du hier in der farm steine irgendwo anders ja im hauptgebäude so du brauchst schuhe geschirr haben wir noch genug ja das winzig kleine problem mit dem schreinern mit dem möbelschreiner hinten brauchen wir nicht bauen ich müsste ihn eigentlich wirklich hier wohin sitzen dann wird half dann mal ein bierbrauer und knut wird sein träger zwar ist auch erwachsen laufen rothaarige jetzt gerade ach du bist da unten in holz und gut 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 so du heiratest das bierbrauer ziehst du ein du arbeitest dort und siehst auch da ein gut das bierbrauer ist auch da unten in der schweinig da oben die fernst du reine so bilden die fernstuhrer die fernstuhrer die fernstuhrer Du gehst schön nach da unten zum Holz suchen. Bitte. Da draußen ist Tabu für dich. Also ja, Holzfehlerhütte. Wäre hier oben gut. Eine Möbelwerkstatt können wir auch gleich. Ich sollte sie eigentlich direkt daneben setzen, dass die Wege kurz sind. Aber dann kriegen die hier unten definitiv keine Möbel ab. Du bist, glaube ich, keine Möbelwerkstatt gewesen. Du warst ein Speermacher. Komm aus, Sehen her. Bin ich wieder verrutscht. Dann bauen wir die Möbelwerkstatt hier hin. Ist der Weg zwar ein bisschen größer. Aber das ist auch okay. Und die Eisenmine. Hier ist überall Eisenerz. Also es ist gerade egal, wo wir genauer den Berg die Eisenmine bauen. Ich muss sie nur finden. Bauen wir sie hier hin. Und dann brauchen wir noch ein Dreifamilienhaus. Hier seitlich. Oh, ja, die Kaserne. Oh, das ist doof. Ich habe hier rund um meine Kaserne keinen Platz für ein Zweifamilienhaus. Ich könnte zwei Wohnzelte bauen. Für die wäre Platz. Ach ja, wenn wir schon mal dabei sind. Und jetzt hier mal da die Speermacherei. Schusserei steht schon eine Weile leer. Noch haben wir Schuhe, wenn wir unter fünf sinken. Sollte ich mich drum kümmern? Ich könnte dem Pilzammler ein Wohnzelt verpassen. Ja, eine Möglichkeit. Ja, wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Also es müsste ich Zweifamilienhäuser bauen. Na gut, ich könnte hier ein Zweifamilienhaus hinsetzen. Und hier drüben ein Zweifamilienhaus dann später hinsetzen. Nob. Du gehst nicht da raus. Das verbiete ich dir. Ja. Ja, dann kommt da das Zweifirminenhaus für die Kaserne hin. Okay, machen wir das so. Gut, ihr holt Holz da, wo ihr Holz holen solltet. Und dann können wir uns schon mal um den Nachwuchs für Pilzsammler und Holzfäller. Achso, das ist eine Päckerei. Ja, und es wird Bier gebraucht, sehr gut. Unsere Gottvorräte wachsen, das ist auch gut. Ach ja, den Speermacher. Äh, Speermacherei. Kommt dann erstmal hier drüben hin. Und da kommt dann ein Zweifamilienhaus für die Kaserne hin. Und ja, da wir gerade genug Steinen haben... Mach du uns mal wieder neun Töpfe und hier machen wir ein paar Schuhe. Sobald du die... Das Fleisch abgeliefert hast. Ja gut, Lehm kriegen wir in der Lehmhütte. So, du wirst wieder schuster. Die Kinder, die wir für Pilzsammler und Holzfäller bauen, kommen. Ach du, ja, du baust jetzt mal den Holzfäller da oben. Auch wenn wir dadurch Pilze überbauen, aber Pilze gibt es hier mehr als genug. Ich will eh erstmal gucken, dass er die Pilze hier unten alle aberntet. Olga ist hungrig. Ja, dann geh essen. Ja? Ich也可以 essen. Oh.